Wie riecht du denn an? Das war aber nur eine Pfotenbreite, mehr nicht. Ja, war nicht viel. Da hat er Glück gehabt, dass sich kein Fehler angefangen hat. Hier ist auch der Arbeitssystem. Ach so, das muss aber absolut nicht. Der Auffang ist scheiße. Der kommt so spitz. Da ist der Wochenende. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.